Hallo und herzlich willkommen. Ich habe euch heute einen tollen Leihndanz mitgebracht und zwar Sonotimida. Eins und zwei, drei, vier, fünf und sechs, sieben, acht. Eins und zwei, drei, vier, fünf und sechs, sieben, acht. Eins und zwei, drei, vier, fünf und sechs, sieben, acht. Eins und zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins und zwei, drei, vier, fünf und sechs, sieben, acht. Eins und zwei, drei, vier, fünf und sechs, sieben, acht. Eins und zwei, drei, vier, fünf und sechs, sieben, acht. Eins und zwei, drei und vier, fünf, sechs. Jetzt mit Worten. Nach vorne locken, lauf, lauf. Wiege rück, lauf, lauf. Coaster, step, halb, herum. Coaster, step, lauf und seit. Rückseite drüber, sway, sway. Rückseite drüber, point, dreh, point und weg. Coaster, step, boxgetanzt und noch einmal. Eins und zwei, drei, vier, fünf und sechs, sieben, acht. Eins und zwei, drei, vier, fünf und sechs, sieben, acht. Eins und zwei, drei, vier, fünf und sechs, sieben, acht. Eins und zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben, acht. Es gibt no Tags, no Restarts, also wird es eine ganz tolle Nummer. Und ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß.